Der Deutsche Aktienindex zeigt sich zu Beginn des heutigen Handelstages nahezu unverändert. Aktuell liegt er bei 11.272 Zählern mit 11 Punkten oder 0,1 Prozent immerhin im Plus. Die Marktteilnehmer warten jetzt erst einmal auf die Bekanntgabe der Vorabschätzung der Verbraucherpreise in der Eurozone. Die kommt um 11 Uhr und dann um 14.15 Uhr kommt der ADP-Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten von Amerika als wichtiger Vorbote für den großen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag und am Abend. Um 20 Uhr gibt es dann noch den Konjunkturbericht der US-amerikanischen Notenbank FED, das sogenannte Basebook. Also es könnten noch weitere Impulse heute hier an den Markt kommen. Außerdem warten die Börsianer natürlich mit besonderer Spannung auf die Entscheidungen der EZB-Ratssitzung am morgigen Donnerstag. Somit haben wir Gelegenheit auf ein paar Einzelwerte zu schauen. Wir haben zum Beispiel an der Spitze der DAX-Gewinner aktuell die Infineon-Aktie mit einem Zugewinn von 1,7 Prozent. Und auf der Verliererseite im Moment hält die rote Laterne im DAX die K plus S mit einem Abschlag von 3,5 Prozent auf 24,91 Euro geht es hier nach unten. Die K plus S war zuletzt sehr gut gelaufen, vor allen Dingen durch die Übernahmefantasien. Von Seiten von Potash gab es ja hier immer mal wieder sehr, sehr markige Sprüche und entschlossene Aussagen. Aber da ist jetzt nicht so richtig Butter bei die Fische gegeben worden. Da kam jetzt nichts Neues mehr. Und deswegen geht jetzt hier so ein bisschen die Luft aus dieser Spekulation erst einmal wieder heraus. Müssen wir abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Die Deutsche Lufthansa hat eingeladen und zwar die großen Gewerkschaften für das Bodenpersonal, für die Flugbegleiter, für die Piloten zu Verhandlungen, um das Ganze so ein bisschen zu koordinieren, damit man im kommenden Jahr nicht schon wieder so viele Streiks zu verkraften hat. Zuletzt hatten ja die Flugbegleiter gestreikt. Das war über eine Woche lang dann letztlich der wohl mit teuerste Streik in der Geschichte der Lufthansa selbst. 60 Jahre lang gibt es ja das Unternehmen schon. Mehr als 100 Millionen soll alleine das gekostet haben. Insgesamt im Jahr haben die ganzen Streiks die Lufthansa wohl mehr als 200 Millionen Euro gekostet. Und das muss doch nicht sein. Das könnte man doch vermeiden. Wollen wir mal sehen, ob es tatsächlich zu diesem großen Gespräch kommt. Ob dann alle Gewerkschaften hier tatsächlich der Einladung folgen oder nicht. Die Lufthansa-Aktie selbst jetzt mit 0,5 Prozent im Plus bei 13,79 Euro. Und einen besonders starken Kursanstieg verzeichnet heute im TEC-Tax die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard. Dieses Unternehmen legt heute im Wert um 3,2 Prozent zu auf 46,88 Euro, weil man die eigenen Ergebnisziele für das Jahr 2016 angehoben hat. Da peilt man jetzt einen operativen Gewinn von 280 bis 300 Millionen Euro an. Für das Jahr 2015 hatte man zuletzt noch einen Betrag von 223 bis 232 Millionen Euro als Ziel gesetzt. Also das ist schon ein erheblicher Anstieg oder wäre es, wenn es tatsächlich dann so käme. Hinzu kommen mögliche Einnahmen durch die Komplettübernahme von Visa Europe durch den US-amerikanischen Kreditkartenanbieter Visa. Und Analysten geben zusätzlich noch so einen kleinen Optimismus-Schub hinterher. Da Wirecard immer sehr, sehr konservativ bei den eigenen Schätzungen ist, rechnen sie sogar im Stillen im Laufe der kommenden Monate sogar noch mit einer weiteren Anhebung der eigenen Prognose. Also hier scheint viel Fantasie drin zu sein. Kein Wunder, dass die Aktie heute so stark gefragt ist zu den stärksten Gewinnern im TechDAX gehört, gemeinsam mit GFT Technologies.